Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Außenministerin! Ich hatte hier eigentlich eine Haushaltsrede erwartet, aber dass Sie eine so ausgewiesene Militärexpertin sind, hätte ich nicht für möglich gehalten. Fangen wir mal mit Ihrer werteorientierten und feministischen Außenpolitik an. Wenn ich mit Mitarbeitern Ihres Hauses zusammentreffe, frage ich einfach mal, was ist eigentlich eine feministische Außenpolitik? Das löst bei den Kollegen von Ihnen Schweißtropfen auf der Stirn aus, und es geht mit Individualdefinitionen los. Ganz nach dem Motto von Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Ich habe dann mal im Internet nachgeguckt. Bei Wikipedia ist die Definition feministische Außenpolitik bezeichnet ein Konzept bzw. ein Prinzip im Rahmen internationaler Außenpolitik, bei dem feministische Sichtweisen zum Maßstab gemacht werden. Da frage ich Sie, wie diskriminierend ist das denn? Wo bleiben denn da die Männer und das von Ihnen gefeuerte dritte Geschlecht? Sie mutieren hier am Ende noch von einer Außenministerin zur Amazonenkönigin. Die Geschlechtergerechtigkeit, das ist doch ein alter Wein in neuen Schläuchen, die wird doch in diesem Land längst gelebt. Wir von der AfD fordern wieder eine interessensgeleitete Außenpolitik, welche die Interessen des deutschen Volkes in den Mittelpunkt stellt und verfolgt. Wir sprechen hier aber über den Haushalt. Sie versuchen natürlich auch einzusparen. Wenn ich mir das anschaue, die Förderung deutscher Minderheiten in Mittel- und Osteuropa erfährt eine Kürzung um 50 Prozent. Wenn Sie mich fragen, ist das Ansetzen des Rotstiftes an der falschen Stelle. Das sind die Mittler unserer Sprache und Kultur im Ausland. Gemeinsam mit der Verteidigungsministerin versuchen Sie allerdings jetzt, die Ukraine mit 2 Milliarden Euro deutschem Steuergeld zu ertüchtigen. Da frage ich Sie, welche deutschen Interessen verfolgen Sie in diesem hochkorrupten ehemaligen Sowjetstaat? Und um welchen Preis? Wenn es Ihnen ernst ist, machen Sie Herrn Lavrov doch ein Angebot. Einstellung der Kriegshandlungen gegen Einstellung der Sanktionen und Volksabstimmungen in den strittigen Regionen unter internationaler Beobachtung und Anerkennung. Wenn Sie so weitsichtig wären, dann könnten Sie hier Konfliktpotenziale in Süd-Ossetien, Transnistrien, Abhasien und in der Republika Spraska gleich in diesem Sinne mitverhandeln und weiteres Blutvergießen vermeiden, wenn Sie echtes Interesse an einer Lösung dieses Konfliktes hätten. Ich habe aber auch Respekt vor Ihrem Mut. Sie verschleiern nicht einmal die Schaffung von Versorgungsposten und die Versorgung Ihrer Lobbyisten. Jahrzehntelang kam das Auswärtige Amt mit zwei Angestellten, also Beamteten und zwei parlamentarischen Staatssekretärinnen aus. 2017 musste dann die Frau Bär von der CSU versorgt werden. Dafür erhielt dann die SPD einen hübschen Staatsministerposten für Frau Muntefering mit allen Folgekosten. 2021 hätten Sie die Möglichkeit gehabt, dies wieder rückgängig zu machen. Stattdessen darf sich jetzt ein grüner Abgeordneter Staatsminister im Auswärtigen Amt nennen. Aber damit nicht genug. Jetzt kommt auch noch Jennifer Morgan von Greenpeace. Die dritte Staatssekretärstelle im Auswärtigen Amt wird geschaffen, verbunden mit einer Blitzeinbürgerung und lebenslangem Versorgungsanspruch. Ich habe mich mit Frau Morgan mal unterhalten, als sie ganz euphorisch von einer Reise nach Bangladesch zum Thema Klima, Klima, Klima berichtete. Ich habe sie dann nach der Problematik der Rohingya gefragt, wo anderthalb Millionen Menschen in Flüchtlingscamps sitzen und auf Schwemmlandinseln umgesiedelt werden sollen. Frau Morgan war in Bangladesch und wusste mit dem Thema Rohingya noch nicht etwas anzufangen. Das ist eine Katastrophe für eine deutsche Staatsministerin bzw. Staatssekretärin. Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz über die Ortskräfte in Afghanistan sprechen, Frau Baerbock. Eine Anfrage Ihrer Fraktion der Grünen und der AfD hat ergeben, dass es 2 000 echte Ortskräfte gab. Ihr Vorgänger am Amt rechnete mit fünf Familienangehörigen. Pro Ortskraft sind 12 000 Personen. Jetzt sitzen Islamabad 50 000 Menschen, 30 000 Afghanen auf der sogenannten AHA-Liste, 20 000 auf der BMI-Liste. Das sind insgesamt 50 000. Die können sich in Islamabad Visa abholen, gegebenenfalls noch RAFA, Reiseausweise für Ausländer. Sie fliegen hier Menschen, wo teilweise die Herkunft völlig unklar ist, in unser Land ein mit mehreren Maschinen wöchentlich. Das werden wir weiter im Auge behalten und aufarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Baerbock, politisch werden wir Sie weiter jagen. Vielen Dank.